hallo und herzlich willkommen liebe freunde zurück bei ww2k16 ja und mit dabei ist wieder onkel gamerscheke p ja hallöchen ihr kleinen klöße gestern habe ich übelst warum seid ihr klöße ich liebe klöße ich auch ich muss sagen ich habe bei onkel klöße gegessen also nicht seine klöße sondern wirklich klöße die in der schüssel waren und die waren nicht gut ja muss man grüne klöße essen grüne aber ja klar also richtig oder richtig thüringische klöße halt so das nächste wende ist ja wenn du da bist du so meine frau grüne klöße machen und dann hast du ja also ich kann gut kommen muss ich habe auch gekocht und es war auch lecker so was lecker ist so haben wir noch nie getrunken war echt also ich war danach definitiv nicht mehr durstig aber hat es noch so ein bisschen der ist meine aber ach du scheiße okay den habe ich jetzt wird's hart jetzt muss ich gewinnen liebe freunde sonst habe ich echt schlechten tag heute abend okay auch soweit ne ja ich habe also ich muss gewinnen sonst habe ich echt schmerzen bauchschmerzen kopfschmerzen hand also ich habe ein ja klar aber ich jetzt kommen drei zwei eins zeig mal ja also jetzt muss ich dich abfertigen aber einmal rein und geschüttelt und wieder raus der roman da hört er sich gar nicht so wild an aber wenn man dann sagt man nur hängt dann hat er um den muslimen ja da ist das heftig der typen bühne aber die würde ich auch mal bei dir würde ich auch warten Prozent drauf wenn gerne mal mit ihnen für die studie gehen ich glaube da könnte man so ein paar bizeps übungen zeigen okay der roman an da kommt er ausbreiten umherdol ist er vorbei mit dir ist beim ersten Mal ist es immer so dass man sich irgendwie gegenseitig irgendwie reindrückt ne eigentlich nicht das ist wahrscheinlich nur wenn man die gleiche Taste drückt oder so ach so das kann sein oh oh warte ich komm wieder rein gleiche Taste gedrückt I'm sorry ja bereits zum töten ah jetzt kommt das Guck mal wie es jetzt funktioniert ja naja ich hab schon gesehen hallo mh owa ja aber er steht noch mal auf ja ah da kommt was da sieht gut aus ah was ist das denn ja das war das Holz geil ach ich mach ich denn ich bin jetzt wieder bleu geh hin mh so was haben wir jetzt noch für ein Move ah doch ich war richtig ach scheiße oh hörst du jetzt auf upsala sorry bei mir kam gar nichts auch an derselben stelle wie du warst es ist egal naja im kräftemessen bist du jetzt grad besser oder sagen wir mal im drücken 300 pounds ah jetzt hör ich dich aber anständig die Leute sind nicht mehr so übertrieben laut ah jo jetzt bitte ich dich aber jetzt bitte ich dich aber was denn das ist nämlich schon Cover so am Anfang ist ja klar das war ja jetzt fast das ganze Bildschirm war grün ach jo oh das wird echt spannend liebe Leute ich darf nicht verlieren also der wird mir wehtun wenn ich den verliere ja das heißt er muss raus mein Stone Cold hat er mein Rock hat er Stimmt den Stone Cold hab ich dir auch heute das war schon ein schmerzhafter Tag gestern mal ja vor ein paar Tagen ja fahr mir nicht welcher Tag das war vier Tage glaub ich ist das schon er oder so aber das seht ihr alles im Titel wer gegen wen kämpft und unsere Thumbnails wo wir die äh Charaktere einfügen ein einfügen mhm mhm genau und ja schönes Ding echt weil das sah jetzt echt elegant aus das war das hatte schon was ja genau ja genau so ah schönes Ding ah der macht schon powervolle Attacken der Junge ne der hat schon was der hat schon das gewisse etwas noch ein bisschen verwirren und move boah laberst du den Kack hm du laberst den Kack ne ist doch richtig so ich hab dich erst ein bisschen rumgezogen dass du denkst alles klar die Welt ist rein ah ah der war gut ja ich lade mich grad schon wieder gut auf hier das freut mich so komm mal her ach da kommt er auch wieder raus ist klar haha so komm her nix wegrennen ok ich muss mal ganz kurz meine Lebensenergie ein bisschen hochpumpen ja ja Bizeps achso der macht diesen Kanone aufladen ne find ich ganz cool hä achso ich kann nicht blocken ach komm ne jetzt oder woman was ist denn los mit dir der Roman der hat keine Lust zu blocken was war das denn jetzt wie geile move er macht den Elektro-Ghetto-Style hier und dann kriegt er einen auf die Rügel naja erstmal ein bisschen den Halswirbel verrenken hier naja schwächen ne ich mach das nur damit meine Energie sich auflädt da unten ne echt so komm mal her komm mal her mein Freund ab mit dir in die Ecke sehr schön ach jo tack waah geile geile Aktion naja ja ich hab doch auch X gedrückt du Schwein du Schwein du bist wein ach ich kann nicht oder was oh das das sah übel aus als hättest das würd's wehtun macht der denn das nicht ich weiß das nicht warum du da was machst hä eblich was du da machst das weiß ich nicht das hab ich auch noch nicht herausgefunden oh oh was ist das ah dein Signature komm schon woman 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 sei mein Mann woman ach komm ich hab doch auch gedrückt ne 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 bin fit wie ein Eisenbahn Bahnhändler hier ich mach die kaputt ach ja ja oah schöne geraffel ey das war ja mal geil geil geile kombination ja ja und pin und der pin meine lieben Damen und Herren one two ach scheiße ich hab schon innerlich wollte ich schon aufstehen und singen ne ich darf den woman echt nicht verlieren also koste was wolle ich muss den Onkel schwächen zerstören quälen aber ich darf den nicht verlieren und meine ich muss ja ich ich muss ja ich ich muss ja dazu sagen dass ich mal langsam wieder gewinnen muss du ne ne du musst gar nichts musst du das natürlich jetzt so rollen du musst mich in Ruhe lassen lass mich in Ruhe naa woman tu doch mal einmal was vernünftiges oh immer zu spät ey ich hasse diesen Scheiß hier ja das nenne ich mal ne gute gefliegte move unterhaltung komm rein ww event live just like we are here tonight this is wonderful uuh hehehe ah wieder geil das war ja mal wieder eine ganz ordentliche Ladung hier er hält sich guck mal wie alt und schlapp du bist au hm hindert Gefühl und einmal in die Ringseile bitte mit dir und einmal bitte in die Luft mit dir uuh da kommt der noch raus ich fass es nicht uuhh woman bitte nicht uuhh nein uuhh geh weg mit deinem scheiß Pinder oh fuck hehehehe das war jetzt so geil ach komm man geh mir nicht auf den Sack da mit deinem scheiß Kick ins Gesicht geh weg woman mach was woman wieso hört er denn nicht auf mich ach zu spät joo ist klar hast dich aber auch geschwächt ja klar hab ich mich geschwächt ach hier werde ich nur von einem Finisher zum nächsten rumgerappelt hier und er legt sich schon wieder perfekt dahin ja ja geile geile Sache geile Sache ey ja ja oh fuck und jetzt cover komm one two komm bitte raus bitte ja ja man ok du 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 ach ne ich muss dich covern jetzt kostet was wolle ey du musst jetzt irgendwie einen harten move machen dass dein gehirn platzt und dann muss ich dich covern ey das geht gar nicht hier aber oh du bist rot ok covern ach quatsch jetzt ne du musst weg du musst weg will den woman nicht verlieren scheiße 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 komm 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 steh auf steh auf hat ist das ist das schon so ein move wo ich dich da war kann mit oder ne ne der war glaube ich zu schlapp, ne dein komischer move grad Ah, das war auf jeden Fall ein Move. Der ist es auf jeden Fall wert. Ja, aber du fühlst, wenn ich da rauskomme, füllst du halt meine Energie auf zum Finishing. Oh, oh, oh. Oh, das war knapp, das war knapp. Na ja, stimmt. Da geht deine Energie ziemlich schnell hoch, ne? Oh. Meiner springt daneben. Hüpp! Was ist geiler Druck? Scheiße, was ist das? Was war das? Ach, jetzt macht der wieder irgendwelche Clowns. Och nein, du Drecksack, ehrlich jetzt. Mann, das gibt's doch gar nicht, ey. Will den Scheiß-Women-U-Hands nicht verlieren, ey. Da kannst du, da, das ist, das ist nicht, äh, available. Boah, schönes Gerät, schönes Gerät. Und jetzt kommt, ah, oh nein, ja. Boah, genau, den Superman-Punch abgewirrt, na siya. Das geht ja auch so einfach. Wie er wieder fällt. Einfach so, die Faust so ganz locker, so mit der Hals so wie der Matrix. So, uff, weg quasi. Ich denk, was macht der denn, ey? Komm, steh jetzt auf, Mann, sei mal Mann. Ach, ich hab doch was gedrückt, warum wartet der denn eine halbe Stunde? Ich hab's gekontert. Ach, jo, du hast einen Doppelkonto oder was? Ja, klar. Ein Doppelkonto. Oh, ich krieg ja die ganze Zeit einfach den Rest, ey. Komm schon. Nein, 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 nein. Was jetzt? Spiel ist abgestürzt. Hast du verloren oder was oder wie? Ja, also ich weiß nicht. Ja, okay. Ja, ich bin raus. Ach, Mann, das war jetzt aber wegen Spielfehler. Ich hätte es geschafft, diese Leute. Ja, das ist ungefähr wie Chris. Ja, wegen Spielfehler. Deine Mutter ist Spielfehler. Entschuldigung. Doch, das war ein Spielfehler. Ach, Quatsch. Scheißdreck, Spielfehler. Ach, Mann, jetzt hab ich den verloren, ey. Den wollte ich nicht verlieren. Ach. Ja, so passiert's, liebe Leute. Aber wieder ein mega hartes Match. Geil. Mhm. Aber ich wollte ihn nicht verlieren. Also ich hab dir jetzt schon... Jetzt dürftest du eigentlich zu mir gar keine große Fresse mehr haben, weil du... Ich hab dir jetzt schon mehr Leute, die dir am Herzen rausgehauen, als du mir. Ja, okay, ich verstehe das schon. Also mit Spielfehlern würde ich auch gewinnen, mit Verbindungsproblemen. Ach, komm, das war nachdem... Du hast schon lange scheiße geschrien und dann war erst der Verbindungsfehler. Deine, ja, ja. Hehehe. Ja, ja, ja. Der Besser hat halt gewonnen. Gut ist. Ja, nee, passt schon, war gut. Geiles Match. War nicht schlimm. Ich hab so einen Code rausgehauen und ich hab halt mal einen, den ich mag verloren. Ich hab halt einen anderen Tracker rausgehauen. War ganz... War ganz gut, ja. Ja, ich war dran, ne? Ja. In diesem Sinne, meine lieben Damen und Herren, schaut doch mal bei Onkel vorbei, bei gamerscheck.lp auf dem Kanal. Schaut mal bei mir vorbei, Rivano.lp. Und der Onkel hat noch jede Menge andere Let's Plays am Laufen. Ich auch. Und auch welche zusammen. Und da kommen ja noch bald wieder ganz viele neue. Und ja, Star Wars müsste mittlerweile auch schon laufen bei uns. Und wie gesagt, schaut unbedingt mal rein. Habt auf jeden Fall immer was zu gucken bei uns. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.